I got the whole gangsters in my hands, I got the whole gangsters, in my hands, I got the whole gangsters, in my hands, I got the gangsters in my hands. Und wie viel Pfeife hast du? Wie bitte? Wie viel Pfeife hast du? Ich hab dich verstanden. Wie viel? Pfeife hast du. Wie viel Pfeife? Achso, ja. Ich hab einmal diese hier und dann hab ich als zweite Pfeife... Moin, hallo. Moin, weitergehen. Ich bin auf Ermittlung hier und dann lassen die zweite Pfeife und die dritte unten zwischen den Beinen. Das kommt hier. Wie bitte? Ja, das ist die Gurke. Und wo ist der Trillerpfeife? Die Trillerpfeife habe ich doch gerade gezeigt. Hier. So, ich wollte immer noch zu euch. Ich komme auch noch zu euch Hart 148 demnächst. Okay. Du wartst genau dich. Ja. Ich geh auch immer wieder in Sofienhof. Hallo, hallo. Da lang bitte. Siehste? Funktioniert wunderbar. Ja, okay. Musst du auch... Frauen dürfen das machen, was Männer sagen. Nicht müssen. Aber dürfen. So, fertig oder nicht? Ja. So, Moment. Sie gehen bitte da lang, ja? Er ist nämlich gerade hier bei der Aufnahme, ja? Da lang bitte. So, jetzt gehen wir einen. Ja, ja, ja? Einen. Ja, 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 ja. Haha.